Joey King startet gerade richtig durch. Die Schauspielerin, die bereits als Kind in Hollywood-Streifen zu sehen war, mausert sich zur ernstzunehmenden Schauspielerin. Nachdem sie mit der Teenie-Filmreihe Kissing Booth erfolgreich wurde, ist Joey mittlerweile endgültig in Hollywood angekommen. Aktuell spielt sie sogar neben Brad Pitt in Bullet Train und zeigt sich auf einem Pressetermin näher als sexy. In diesem zum Teil durchsichtigen Hauch von Nichts strahlt Joey in London neben Aaron Taylor-Johnson, Brad Pitt und Brian Tyree Henry. Dabei stiehlt die Schauspielerin ihren männlichen Kollegen die Show. Der XXL-Ausschnitt dürfte die gesamte Aufmerksamkeit auf sich lenken. Joey sieht in diesem kleinen Schwarzen einfach fantastisch aus und beweist, dass sie nicht mehr das kleine Mädchen ist, welches wir aus White House Down oder Crazy Stupid Love kennen. Im Zuge der Bullet Train-Reise zeigte Joey ihre Leidenschaft für Mode und präsentiert sich auch bei den Premieren in Berlin und in London stilsicher. Ob im sexy Mini-Kleid mit rosafarbenen Haaren oder elegant in einer langen Robe samt Sideboob, Joey kann definitiv alles tragen. Von der Schauspielerin werden wir auch in Zukunft noch jede Menge hören.